Warum ist das Mädchen überrascht? Das Mädchen ist überrascht, weil es ein tolles Bild gesehen hat. Warum sieht der Junge so krank aus? Er sieht krank aus, weil er sich erkältet hat. Warum schaut der Junge so skeptisch? Ich glaube, er hat auf der anderen Seite der Straße etwas Verdächtiges gesehen. Und warum sieht das Mädchen so müde aus? Das Mädchen sieht so müde aus, weil sie letzte Nacht sehr schlecht geschlafen hat. Und warum sieht dieses Mädchen so verschüchtert aus? Das Mädchen sieht so verschüchtert aus, weil sie einen netten Jungen getroffen hat. Und warum sieht dieses Mädchen so erschrocken aus? Das Mädchen sieht so erschrocken aus, weil sie einen Geist gesehen hat.